Ja, jetzt kommen wir zum letzten Stück für heute Abend und fast keines unserer Konzerte beenden wir ohne dieses Stück. Das ist absolut mein Favorite von Angela, das sie ihrem Land, vor allen Dingen aber auch ihrer Mama, glaube ich, gewidmet hat. Genau, das war meine erste Komposition. Das habe ich von meiner Mutter inspiriert und die ist Philipp von dem Publikum, heißt Brasileira. Dankeschön, dass Sie gekommen und geblieben sind und uns so schön zugehört haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht und dem Maximal im Rundgang, dem Verein, wir wünschen alles Gute, bitte weiter so machen. Und Sie als Zuhörer, kommen Sie in Schaden, damit diese Veranstaltungsserie weitergeht. Dankeschön. 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 Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.